hallo herzlich willkommen bei Brudergetreisen heute bin ich in einem Zugmuseum in Las Vegas und da gehen wir jetzt ein paar coole Lokomotive anschauen viel Spass dabei hier schon die erste große Lokomotive echt eindrücklich so Untertitelung des ZDF, 2020 Weiter hinten hat es immer wieder Waggons, wo man anschauen kann. Und was cooles haben sie hier auch noch, man kann mit so roten Dingen, die wie ein Velo sind, rumfahren auf den Schienen. Echt coole Sache. Schaut es euch mal an. Hier kann man einen Postvakon anschauen. Musik 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 Hier gibt es einen Waggon, der ist eingerichtet wie eine kleine Wohnung. Musik 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 So, jetzt sind wir am Ende angekommen. Ich hoffe ihr hattet Spass bei diesem Video diese eindrücklichen Lokomotiven zu sehen. Wenn ja, würde ich mich freuen auf einen Daumen nach oben, abonniert mich doch auf meine sozialen Medien, geht auf meine Webseite. Bis bald bei Bruder geht reisen. Wenn ihr wieder reist, wir sind in den USA unterwegs. Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020